Auf vielfachen Wunsch, es ist so schön ein Musikant zu sein, los geht's mit dem ersten Lernvideo. Wir sind jetzt in der dritten Reihe, fangen in Zirchen an mit einer Oktave. Großer Gabelgriff, normaler und Druckung. Zirchen, Kreuzgriff, Oktave klingt jetzt auch. Zirchen, Druckung, los geht's jetzt gleich schon mit dem ersten Teil, weil wir ja Drucken dann jetzt da, raten wir gleich um mit. Jetzt sind wir jetzt in einer Oktave wieder, mit einem Abus. Mittellage haben wir da viel zum Spielen. Jetzt tun wir Zirchen. Und Drucken tun wir. Bleiben wir da. Gewechselt. Tun wir Zirchen. Und hierzu kommt der Gabel. Ganz ein klassischer Abschluss. So heben wir auf, weil den brauchen wir jetzt noch wieder gleich für den nächsten Teil. Gutes Gelingen! So heben wir den ersten Teil. So heben wir den ersten Teil. Untertitelung des ZDF, 2020